Musik Präzise am 6. Dezember ist Vollmond. Wenn das kein Omen ist. In der neuen Woche geht es nämlich darum, sich seinen Wünsche und Träume bewusst zu werden. Die momentane Konstellation offenbart auch, dass der Himmel uns immer wieder Geschenke macht. Wenn da nur nicht unsere inneren Blockaden wären, die verhindern, dass wir diese Geschenke auch nachnehmen und brauchen. Der Vollmond vom 6. Dezember ist ein guter Moment, vielleicht zusammen mit einem Ritual sich seinen Wünsche und Träume zu öffnen. Vor allem auch denen, die ganz tief liegen und wir niemandem davon erzählen. Egal wie gross, wie teuer oder wie unerreichbar die Träume oder Wünsche auch sind, wir müssen sie ernst und wichtig nehmen. Erst dann können sie sich verwirklichen. Der Wechsel vom Mars, unserer Willens- und Handlungsenergie ins Zeichen Wassermann, ist jetzt ein Geschenk vom Himmel. Denn genau diese Kraft und Energie braucht es, wenn wir wollen, unsere Träume und Wünsche erfüllen. So schenkt der Kosmos uns im richtigen Moment guten Rückenwind. In diesem Sinn, eine himmlische Woche. Das HW Babycenter Bad Ragaz. Auf Sie warten über 70'000 Artikel auf 2'500 Quadratmeter rund ums Baby und werden die Mammis. Über 300 Kinderwagen, komplette Kinderzimmer, Mode fürs Mami und das Kind, Spielsachen, Autositz und, und, und. Einfaches Paradies für Ihres Familienglück. HW Babycenter. Autobahnausfahrt Bad Ragaz Nord.